So, jetzt wird es ganz schön eng. Vielen Freunden! Seht ihr soweit? Sech sind Polizisten, gell? Polizeistunden kennen wir nicht. Polizeistunden kennen wir nicht. Erwin sitzt jetzt da, Erwin der Vorstand vom MCA Ratzenwied. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigen das Brutto-Sort-Produkt. Ja, 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 ja. Die nirgerm Sonne startnt und der Kampelstapteführer mit der Stapel Kampelbraat. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigen das Brutto-Sort-Your-Produkt. Ja, 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 ­ Sie apportiert in ihm sein letztes Band Und jetzt klingt er sie wieder richtig klein Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Wir streiten das von der Sozialgruppe Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Wenn sich Opa am Sonnenkopf sein Ball einschwingt Und heimlich in die Fabrik einträgt Damit Oma nichts, dass ihr zusammenbringt Denn Opa macht heute wieder sonder schön Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Wir streiten das von der Sozialgruppe Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Auf geht's Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen Und wir steigen das, das war ein Tag, und wir wären ja jetzt wohl wieder in die Hände gesprungen. Wenn früh am Morgen die Werkssirene trönt und die Stücke beim Stücken lustvoll stimmt, dann hat deiner noch dem Mann die Arbeitshunde guckt und jetzt singen wir zusammen im Arbeitstag. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen, wir steigen das, das ist das Sozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir schneiden das, wo das Sozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir schneiden das, wo das Sozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Hey! Hey! So, einen Applaus an unsere Molly-Süchter. Jetzt ist alles hin. Das ist ein Kult. Das gibt's bloß in Ratzwirtz. Das war cool. Das war cool. Auf die Bank kommt's heute. Ja! Hey! Habt ihr alles mit uns denn, Erwin? Also, Herr Schreiber! Hey! Oh, das ist gut. Erwin! Das ist gut!